standard fehler bei cd-playern die lade öffnet und schließt nicht richtig sie läuft schwergängig oder zu langsam oder wie auch immer oder alles zusammen ja und da gibt es auch fundweise videos aber in meinem video erzähle ich euch ein bisschen mehr und damit hallo moin moin servus grüß gott wo auch immer herkommt in franks werkstatt der lautsprechertechnik ja in diesem video erzähle ich euch ein bisschen mehr weil in den meisten reparatur videos ist es dann so da wird nur der riemen gewechselt der antriebsriemen für die lade vielleicht sind auch mehrere wie auch immer hier ist es ein einfaches laufwerk und das soll es dann gewesen sein da wird zusammengebaut und da wird sich geärgert dass es noch nicht richtig geht gibt es zuhauf muss man sagen wie ich dabei gehe und ich habe so ein laufwerk schon mal vor der nase gehabt da hatte ich das problem auch wie ich dabei gehe will ich euch in diesem video zeigen machen wir dann gleich weiter mit vorab noch gleich noch mal ein kleiner hinweis ja grundsätzlich feinarzt gerät das ist das feinarzt cd1 oder der feinarzt cd1 cd player ich habe ja den verstärker letztens schon repariert hat auch eine kleine macke der cd player hat immer schon probleme mit seiner lade dass er nicht so richtig will und jetzt bin ich da endlich mal beigegangen wollte das reparieren und habe es auch repariert allerdings kurzer hinweis ist es im grunde komplett in jetzt ein philips gerät dieses grundig teil philips hat er damals grundig übernommen im verstärker war es vielleicht noch nicht so ganz zu erkennen dass das alles philips ist da war noch ein bisschen grundig handschrift drin würde ich mal sagen hier beim cd player eindeutig komplett philips das laufwerk alles was da drin ist es ist übersichtlich im gehäuse und diese schöne alulade und der feinarzt schriftzug der drauf ist ja also das wort blender ist vielleicht ein bisschen hart aber es geht doch in die richtung also da war damals schon gut er hat lange jahre gehalten klanglich ist auch in ordnung gewesen und alles aber es ist nicht wirklich es hat den feinarzt schriftzug nicht verdient das gerät ok so viel dazu ansonsten schauen wir jetzt mal wie ich da vorgegangen bin und ich springe jetzt bei diesem video jetzt gleich schon in die reparatur mit rein das heißt den fehler kann ich euch gar nicht zeigen woran liegt das ja ein youtuber würde sagen die speicherkarte war kaputt der frank sagt allerdings scheiße ich habe es gelöscht also ich hatte so ein take gemacht wie die schublade wirklich quälen schwer auf und zu geht hängen bleibt nicht so richtig will ich habe es leider gelöscht also wie auch immer die reparatur die eigentlich die kann ich euch ja zeigen und die folgt jetzt ja auch dann geht die lade halt ja jetzt geht sie richtig schwanzig hier auf und zu hin und her alles schön vorher war es halt so verhalten dann hing er dann wollte er nicht richtig dann bleibt er hängen hat er gequietscht und so weiter und so fort ging nicht richtig auf wenn er nicht richtig aufgeht und der endschalter bekommt kein signal dann geht es gleich wieder zu alter schwede sowas von nervig also kennt ihr vielleicht aber das video ist ja genau dafür da dass das abstellen könnt zumindest mit diesem laufwerk kann ich euch zeigen so das gerät steht hier neben mir abgeschaltet immer schön stecker ziehen wenn ihr bastelt schublade ja ist schon so ein bisschen rausgefahren die ist lose fertig ist was brauchen wir für die reparatur ihr braucht auf alle fälle erstmal einen neuen antriebsriemen das ist dieser hier wie ich am anfang des videos hoffentlich schon vermerkt habe es liegt tatsächlich nicht immer am riemen es gibt fundweise reparatur videos von solchen geräten da wird dann am unter der riemen gewechselt und dann heißt es läuft noch nicht perfekt klemmt noch ein bisschen ja das alte leiden weil es ist nun mal nicht immer ein rutschender riemen aber wenn wir das ding auf haben wechseln wir gleich den riemen deshalb habe ich einen besorgt habe ich einfach nur modellnummer eingegeben gerät modellnummer habe bei ebay einen gefunden habe mir einen bestellten riemen da ist er okay ansonsten was brauchen wir isoprop also alkohol im grunde hochreinen alkohol zum reinigen wir wollen ein bisschen was sauber machen dementsprechend habe ich hier zwei wattestäbchen eins benutze ich für alkohol eins benutze ich gleich für öl ich zeige euch warum ja und öl stichwort öl ich benutze von abus das ps 88 das ist eigentlich ein pflegespray für schlösser also für haustürschloss für zylinderschlösser und so weiter damit der schlüssel gut flutscht da funktioniert es wunderbar und wo es noch gut funktioniert ist tatsächlich bei irgendwelchen kleinen kunststoffteilen die trocken geworden sind in irgendwelchen geräten ich habe das jetzt schon mehrfach benutzt für so ein krams es ist wirklich grandios ich finde es richtig gut es hat kriegeigenschaften und es hat wirklich gute schmiereigenschaften es bleibt immer ein wunderbarer film auf den teilen damit funktioniert es andere öllimmung auch wunderbar gehen was ich grundsätzlich nicht nehmen ist wd 40 das ist für mich nichts weiter als ein reinigungsspray das hat wirklich schmiereigenschaften hier ich verlinke euch das unter dem video wenn ihr wollt könnt ihr euch das dann auch mal hinstellen wenn ihr es braucht habt das da und vielleicht könnt ihr auch eure türschlösser mal ein bisschen ölen nur mal so am rande so das benutze ich ich finde es grandios zack so das ist das was ich brauche was bei euch an werkzeug habe jetzt einen kleinen schraubendreher hier und eine pinzette die da auch bitte schön sauber ist kein dreck dran vor allem kein öl dran wir fassen damit den riemen an da können wir schon loslegen wie geht es weiter zweite kamera läuft ich hoffe ich soll es im blick das sieht ganz gut aus jetzt sieht die lade mal ganz raus dann könnt ihr hier hinten in der lade was sehen das ist hier so ein kleiner schlitz da könnt ihr mit dem schlitzschraubendreher reingehen wie ich dir so eine nase nach innen und könnt die lade komplett rausnehmen schon in der hand das war easy going das war nicht besonders schwer lade entfernt so wie geht es weiter lass uns mal schauen ihr könnt hier drin sehen eine abdeckung das ist das auch gut wie heißt es cdm 12 oder sowas laufwerk von philips jedenfalls die lasereinheit rund um die mechanik ja grundig philips mix sagen wir mal so und ich glaube es kommt aber alles von philips ist im grunde sehr service freundlich was den riemen angeht den antriebsriemen für die schublade weil ich komme wirklich von oben an hier ist zwar eine abdeckung drüber aber auch die können wir ruck zuck mal abhebeln hier ist ein kleiner schlitz drin müssen wir nur einmal rein fassen sagt und dann haben wir das ding hier wunderbar in der hand das war's also auch beiseite legen brauchen wir wieder jetzt haben wir hier im grunde schon den antriebsmotor für die lade hier haben wir ja ich sag mal eine übersetzung der regen geht hier also rüber auf dieses rad und hier sind noch ein paar zahnräder und letztendlich geht das dann hier auf diese auf dieses große zahnrad und dieses große zahnrad das fest nachher hier in der lade unten dessen so ein zähnchen drin da fest das rein bewegt die lade hin und her was war zusätzlich noch drin haben falls irgendwie mit dem end schalter ein problem hat der sitzt hier unten dann ist ein bisschen weiter auseinander basteln aber eigentlich geht sowas kaum kaputt wie oft wird so ein schalter benutzt mein gott die haben deutlich mehr schaltspieler als ihr den cd player überhaupt auf und zu machen können also von daher alles gut so ich habe gesagt den riemen wollen wir wechseln ist kein thema ich nehme die pinzette in die hand ziehe den einfach mal ab und habe ihn hier schon runter wunderbar da ist er brauchen wir nicht mehr lege ich mir einfach hier hin wie geht es weiter normalerweise sind bei anderen videos jetzt immer wieder neue riemen genommen wird drauf gespannt wird zusammengebaut und dann heißt es und ärgern und ärgern und ärgern geht vielleicht jetzt ein bisschen besser aber geht noch nicht richtig gut ja das ist das alte leiden ich werde es also erstmal so ein paar stellen ölen und danach wollen wir hier noch mal die räder sauber machen dann schauen wir mal ob das alles wieder funktioniert so und dann nehme ich dann mal ein schönes öl auf dieser dose ist normalerweise immer so ein kleiner deckel drauf hier den benutze ich heute auch ich mache einfach mal einen sprühstoß rein so das macht man normalerweise weit weg von dem neuen riemen ich lege noch mal hier hinten hin zack und als allererstes nehme ich jetzt so ein bisschen öl hier und sättige damit mal schön mein wattestäbchen ich zeige euch das mal hier zack also das wattestäbchen rein und richtig sättigen also dieses wattestäbchen ist jetzt gesättigt voller öl zack warum mache ich das damit gehe ich auf dieser lade an den stellen lang wo die lade hier in sein führung läuft diesen so einige führung für die schublade drin und das wollen wir so ein bisschen ein bisschen glitschiger machen das heißt ich gehe bei mit meinem gesättigten wattestäbchen und mache nur ein hauch öl rauf auf diese kanten da muss nicht viel rauf verliert auch eine menge dreck dabei aber das soll ja wieder vernünftig laufen das ist im originalzustand einigermaßen gefettet ich denke mal das meiste fett ist noch da vielleicht hat das mit dem wattestäbchen wieder ein bisschen verteilt plus ein bisschen von dem kriech öl kann schon mal nicht schaden ganz wichtig okay aber selbst das ist meistens nicht der fehler und hier will ich euch jetzt zeigen den grundsätzlichen fehler der meistens vorhanden ist das ist hier diese beiden achsen kann ich euch vielleicht noch mal ein bisschen heran fahren mit der kamera ich versuche das mal dass ich das alles im bild habe ja das doch super ist das stück zurück dann ist es scharf so hier haben wir noch mal alles vor uns antriebsmotor und hier sind so kleine ich sage mal messing achsen und auf diese messing achsen sind diese räder gesteckt ja und diese kunststoffräder laufen auf dieser achse die achse steht und die räder drehen bei diesem laufwerk das heißt hier da ist immer so ein bisschen reibung und irgendwann wird das hier zwischen trocken und dann fängt das ein bisschen an zu kippeln und zu kanten und dann läuft das laufwerk so richtig scheiße schwer also abhilfe auch hier ein bisschen öl ganz einfach wie kriegt das öl jetzt am besten rauf dann nehme ich normalerweise immer so ein bisschen lötsinn reiße ich mir mal ab habe ich in der hand ein bisschen bisschen lötsinn dann nehme ich mein öl was ich hier habe ich habe ja noch ein kleines fützchen in der in der ecke drin und jetzt mache ich nichts weiter als dass ich mir hier an meinen lötsinn im grunde es ist alles im bild hier so ein tröpfchen ran hänge und gebe das hier schön auf die achse rauf und das muss nicht viel sein da reicht einfach nur ein kleines tröpfchen so und das wird jetzt mit ziemlicher sicherheit zwischen der achse und dem rad zwischen laufen und schon ist die stelle wieder gefettet mehr ist nicht nötig und das ist der große trick und das große geheimnis wenn ihr in riemen wechsel bei diesem laufwerk natürlich bei anderen laufwerken wird es ähnlich sein immer überall noch ein tröpfchen öl ran nicht viel nur ein hauch damit die karre wieder läuft so nachdem wir alles geölt haben müssen wir es noch mal reinigen und zwar die lauffläche wo nachher der riemen läuft auch das ist ja nun nicht gerade die riesengroße kunst ich habe ja gesagt ich habe hier isoprop aufmachen zack so dann ein bisschen was raus hier zack auch hier frisches wattestäbchen gesättigt ja und die motorachse hier seht die geht eigentlich am leichtesten sauber wenn das gerät jetzt noch mal kurz einschaltet haltet euch fern vom trafo seid vorsichtig ich schalte jetzt mal ein und dann läuft das ding hier schon los weil die lade ja geschlossen werden soll dann könnt ihr hier schon mal den motor wunderbar säubern so und wieder ausschalten zack ja ist auch direkt dran hier und das gleiche spiel machen wir jetzt hier mit dem anderen rad das müsste allerdings von hand drehen das heißt den ich sag mal das wattestäbchen einfach mal ran halten hier da könnt ihr das überhaupt sehen hier könnt ihr sehen wattestäbchen ran halten einfach mal ein bisschen drehen so jetzt sind die laufflächen von dem riemen letztendlich dreckig auch wieder gesäubert haben wir auch hinter uns wir haben geölt wir haben gesäubert neuer riemen ja und den hatte ich mir schon bereit gelegt jetzt wie gesagt achtet darauf dass euer werkzeug und alles eure finger wieder sauber sind ich schnappe mir hier also den riemen und legt ihn einfach mal hier rein und dann versuche ich tatsächlich nicht noch irgendwie an die achse zu kommen mit dem riemen das ist öl am riemen das möchte ich nicht kriegt das jetzt erstmal nur lose rüber hakt das hier mal ein drehe das ganze noch mal ein stück weiter und hoffe dass er drauf sitzen das tut er jetzt auch und wenn da irgendwo eine drehung ist das wird sich dann auch irgendwann verlaufen es scheint aber zu funktionieren ich schalte noch mal an jetzt muss ich hier alles drehen tut's auch kleiner test wenn ihr jetzt das große rad fest haltet dann muss der motor stehen bleiben wenn er durchrutscht dann habt ihr dreckigen also halte ich das jetzt mal fest schalte noch mal ein ja und der motor klemmt das heißt der riemen ist richtig schön klebrig auf der welle drauf passt ok geschafft ja und jetzt bin ich eigentlich soweit ich habe hier alles gefettet oder geölt ich habe neuen riemen drauf ich habe die stelle gereinigt nebenbei gesagt gleich noch mal den laser reinigen das brauche ich jetzt bei dem gerät nicht und dann kommt wieder die riemen abdeckung drauf immer schön darauf achten dass nirgendwo öl dran ist wir wollen ja nichts versauen also das ding wieder aufstecken so wie es war zack 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 haben wir und dann fangen wir die kamera ein stück zurück zack nehmen wir die schublade die wir frisch geölt haben rasten die hier wieder ein so ja und dann schauen wir mal was passiert ich schalte mal ein noch machen wir mal auf ich habe kein komisches geräusch mehr die lade läuft wunderbar hin und her egal in welchem zustand ja ich denke mal voller erfolg und wie gesagt ich sage es noch mal wenn du nur den riemen wechselt habt ihr vielleicht problem ihr müsst schon an richtigen stellen auch ein bisschen höher machen ich hoffe das video hilft euch weiter falls ihr selber mal so ein gerät habt traut euch ruhig ran denkt dran elektrischer strom zieht den stecker wenn ihr da rumfummelt nicht dass ihr irgendwann daneben liegt liegt habt ihr auch nichts von ok das soll es erst mal gewesen sein dann habe ich das ding auch hübsch macht's gut tschüss